Ja, willkommen wieder zurück zu Reimann 2 Revolution. Ähm, ich hab schon alles ein bisschen vorbereitet, wie ihr seht. Ja. Das letzte Mal bin ich hier bei diesem... Über... also overpowered da... Bosskampf hängen geblieben. Boss BB-Bed oder wie der heißt. Okay, BB-Tank. Ah, BB-Tank heißt das. Schnell, verstecken! Ich kümmere mich um diesen Schwarzhaufen. Ja. Verschwinde. Die können wenigstens Lebenspunkte... Ähm, wiedergeben. Dass man überhaupt mal eine Chance hat. Ja, sicher. Hm. Ja, geht da mal kaputt, du. Mann! Ich bin da gerade da reingegangen. Das war mir so klar, dass es mehrere... Ma-Hallo? Das hatte ich jedes Mal wieder. Dass einfach die Kamera... ...sicht sich wechselt. Automatisch. Ich werde es oder so verlieren. Scheiße. Hä? Ja. Hm? 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 Wo ist denn der? Verdammt Ich glaube es müssen alle Pfeile zu sehen sein Nein Mann, Alter, was soll er denn? Jetzt sind auf einmal drei da Also den Kampf werde ich nicht überleben Guck mal wie viele Lebenspunkte ich noch habe und guck mal wie viel er noch hat Das ist doch der eine Typ da war, kann es sein? Mann Was soll man tun? Die machen viel zu viel Schaden Wurde bis jetzt nur einmal von, glaube ich, einer Kugel getroffen und einmal von einer Bombe Übrigens habe ich auch gerade gesehen nach dem ersten Abschuss Dass der eine doch schon raus geht Aber eigentlich müsste ich doch viel mehr ihn abschießen Übrigens habe ich auch eine neue kleine Taktik Das hätte ich niemals geschafft da hinten Nein, was mache ich Ja, schieß ihn doch ab Wie die Kugel noch ins Bild kam Den einen kann man übrigens nicht abschießen, ich habe schon versucht Aber wie ich sehe, man hat doch eine Chance Man muss nur ein bisschen mehr Taktik haben Aber trotzdem ist er ein kleines bisschen überpowered Man hätte wenigstens so machen sollen Nach jedem Treffer, dass man mindestens zwei, drei Lebenspunkte zurückbekommt Es ist noch nicht vorbei, ich will wiederkommen Naja Zum Glück habe ich die Wo sind das Geräte? Das haben die einfach aus dem Bild genommen Gut, dass es jetzt vorbei ist Übrigens, ich habe auch vor dem Start gesehen, dass ich schon 59% abgeschlossen habe Und, dass ich schon Welt 7, Kapitel 7, Level 7 schon bin Ich weiß es nicht, wie es jetzt genau gerechnet ist Ob das jetzt Welt 7 ist oder Kapitel 7 Level 7 eher weniger, Zuflucht der Lava geht es hier Und hier ist Unter der Zuflucht der Lava Es fehlen noch zwei gelbe Lums Aber ich soll jetzt Zuflucht der Lava gehen Deswegen gehe ich auch da lang Ah, da ist der nächste Hier ist nichts Was hat das mit den Steinen auf sich? Ja, hier kann ich natürlich die Kamerasicht drehen, ja? Was war das denn? Ich frage nicht Ich muss da irgendwas aktivieren, dass ich da hochkomme Allerdings kann ich hier nicht drehen, aber nur da oben bei ne blöde Stelle Junge Gut, ich muss mich nicht töten, um wieder da nach oben ranzukommen Das heißt, da muss ich erstmal doch den einen Weg gehen Guck mal, wenn er rennt, dann ist seine Hand weiß und wenn er so stehen bleibt, dann ist die plötzlich schwarz Okay, sie war kurz auch weiß, aber Die Kröte Ja Definitiv Da sieht ihr, da könnt ihr es nochmal sehen Okay, Stage heißen die, stimmt ja Stage Stage 7 von 10 Oh, jetzt habe ich 60% abgeschlossen Und ich habe insgesamt schon 8 Stunden gespielt, fast 9 Stunden Ah, das ist eine komplett andere Karte Okay, das war auch zu erwarten Im Land der Kröten sind wir Nein, Spaß, ich weiß nicht, wo wir sind Warte mal, gibst du hier dann wieder ne Spinne? Findest du mal lustig, wie das klingt? Als hätte der Gummistief oder so Okay, wo muss ich jetzt lang? Jetzt ohne Witz, nur geht's weiter Den habe ich zuerst nicht gesehen Singt es? Oh ne Nicht diese Zombies Stimmt ja, die gibt's ja auch noch Hä, willst du mich auf den Arm nehmen? Willst du mich verarschen? Das heißt, jetzt kommt hier eine Stelle mit den Zombies Ich dachte, es ist ein dritten Teil Ich habe doch Piranhas gehört Ich gucke nur, ob noch irgendein Lungen ist Tschüss Da ist ein Boot Wollte ich gerade zuerst Schiff sagen Warum auch immer Gut, dann habe ich hier nochmal eine bessere Sicht Kann ich nochmal so gucken Aber ich sehe da nichts mehr Boah, Kamera Sag das doch wenigstens vorher Dass du dich drehen möchtest Oh Hab die Lücke gar nicht gesehen Hab die Lücke gar nicht gesehen Ich habe es erst zu spät gesehen Ich habe es erst zu spät gesehen Hat dich gerade nicht schon was gehört oder was, Raymond? Ja, geil, ich darf 1, 2, 3, 4, 5 Solche Kugeln holen, wie ich sehe Wo geht es jetzt weiter? Was? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet Eigentlich wollte ich es nur abschießen Ja, jetzt kam die späte Reaktion Du darfst das abschießen Nein Was machst du da? Ah, jetzt kommt ja Boss Genile Ich hatte doch gerade erst einen Gegner gehabt Ach, du meine Güte Du darfst Simon Konzentriere dich bitte Erstmal auf die kleinen Fischer Ah, cool Die geben wenigstens Lebenspunkte zurück Du sollst die abschießen Ja, lauf doch noch da rein Du Freak Also es klappt ein bisschen Dass ich bitte und her schieße Aber ich fühle ich sehr Wird immer schneller Wie viele sind denn da auf dem Haufen? Achso, das ist der letzte Dumpf Dumpf